Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück bei Dead by Daylight. Wir sind mal wieder auf dem Schrottplatz. Da waren wir zwar letzte Woche erst, aber ein Mate hat sich die Map gewünscht. Weiß nicht. Warum? Moment mal. Oh Nosen! Oh Nosen! Die Legion scheint ein bisschen verpeilt zu sein. Dann gehen wir an den Generator. Oh eine Legion! Runden gegen Leechen können sehr anstrengend sein. Wirklich anstrengend. Die können sich auch in die Länge ziehen. Er hat kein Tanata dabei. Das ist ja schon mal was. Und wieder an Raserei. Aber solange ich nichts höre... Wieso... Der andere sollte sich vielleicht auch mal... genesen. Der da als erstes getroffen wurde. Was ist das überhaupt für eine Map? Ich muss mal gucken gehen gleich. Ich passe immer nicht auf, was das genau für eine Map... Oh, der Killer hat blaue Augen. Ich muss sagen, es wird immer gesagt, wenn der Killer blaue Augen hat, hat er Nöd dabei. Aber es gibt doch Skins mit diesen blauen Augen. Das heißt doch dann nicht zwangsweise, dass Nöd dabei ist. Ich weiß nicht so richtig, was da dran ist. Aber das sagen sehr viele Leute, dass das irgendwie im Zusammenhang steht. Äh, Legion ist ein bisschen... Ungünstig patrouillieren. Ähm, das sei jetzt ungünstig. Merk, wenn du möchtest. Ich hab, wir schaffen das dabei. Ja, gut. Dann machen wir das hier. So, bitteschön. Ähm... Was ist das bitte für eine kleine Map? Ach, die ist schon wieder runter. Ich hab immer noch geschaffen, das. Das ist ein zweier Gen. Ich lass die beiden mal da ran. Ach so, wir sollten vielleicht Totems machen. Die beiden da am Gen dort waren Totem. Ich geh von aus. Aber ich hoffe, dass die das wegmachen. Der jagt immer die Obsession. Muss ja die Obsession irgendwie töten. Hat er eine Aufgabe? Weiß nicht. Gab's im Archiv? Oh. Ich mein, wenn das Video online kommt, ist das Archiv ja... Schon, äh, geschlossen. Also das aktuelle... Ohn... Was wird das jetzt hier schon wieder? Leute, ihr müsst halt nicht den Killer teabacken. Das ist unnötig. Ich tanke auch nicht für euch. Oder... Ähm... Klicky, klicky. Oh Leute, seid doch nicht immer so doof zum Killer. Ihr braucht euch nicht wundern, dass die Killer irgendwann halt auch doof spielen. Was bringt das? Das bringt gar nichts, wenn man sich hier verletzt hinstellt. Wirklich. Hallo? So, die kriegen wir auf jeden Fall nicht aufgehoben. Jeff, das ist sinnlos. Die ist nicht hochgehalten. Och Leute, spielt ihr das erst einmal TBD? Oh. Ich hab nix gesagt. Hatte er ein Medikit? Wegen der Nähe übrigens habe ich mich umgezogen. Wenn er clever ist, geht der in Raserei. Nee, ist er nicht. Gut. Ach, Mann, oh. Ich dachte, ich kann euch eine erfolgreichere Runde zeigen als letzte Woche. Aber das läuft jetzt nicht so gut. Irgendwie der Killer hat mich noch nicht erwischt. Weder in seiner Raserei noch so, oder? Ich seh immer nur, dass die Obsession gejagt wird, weil die Füßchen wackeln. Aber sonst? Sie ist auch, glaub ich, tot. Die müssten irgendwie alle mittlerweile tot am Haken sein. Oh, sie ist nicht tot. Was war denn mit dem Licht dort los? Das war total... Ich renn' grad in... Ähm, Meg, die ist da oben. Okay, ich hätte vielleicht einen tanken können zum Block. Ich glaub, das reicht aber trotzdem nicht. Nicht an der Shack jagen, wenn da jemand im Keller hängt. Bitte. Oh! Nice! Einmal der Strike. Und wieder in Raserei. Wie oft bin ich heute schon in diesen Keller gelaufen? Jeff, ich glaub, wir schaffen das. Äh, hier geht nicht. Tschüss, Jeff. Hallo, Jeff. So, kommt mit. Oder auch nicht. Okay. Ah, nee, ja, wenn die jetzt hier wäre. Jeff ist tot. Ist der denn, der hat auch noch einen Strike, der noch geht? Ich hätte mit tanken können, ich weiß. Ist das... Oh, nee, ja, der Jen ist ganz weit. Bitte. Sie hat bestimmt einen Popgoes, du Isel. Irgendwie will sie mich nicht jagen. Ganz seltsam. Ich weiß auch nicht, wo jetzt noch Generatoren sind. Sie wird die Generatoren jetzt ablaufen. Und jetzt haben wir nötig. Sollen wir wetten? Jetzt wetten, ab. Oh, no. Sie hat auch kein Adrenalin. Kommt, glaub ich, in den Keller. Oh. Killer weiß, wo die Luke ist. Killer ist so siegelstrebig da in eine Richtung. Killer weiß nicht, wo die Luke ist. Juhu. Oh, ich hab so böse geredet, die Runde. Eigentlich kann ich die Runde nicht hochladen. Aber ich möchte sie doch hochladen. Weil ich hätte nicht gedacht, dass wir noch die letzten Gents anbekommen. Äh, und dass wir noch rauskommen. Ähm. Ja. Killer war Rang 12 und hatte nur ein Perk dabei. Tut mir echt ein bisschen leid. Und, ähm, ja. Im Chat wird sich übrigens beleidigt. Ich pack da mal wieder irgendein schickes Bildchen drüber. Wir sind rausgekommen. Ich hab halt eigentlich nicht so viele Punkte gemacht dafür, dass ich 7500 für den Escape bekommen hab. Die meisten Punkte hab ich, glaub ich, durch das Retten bekommen. Und ich hab sogar noch eine Archivaufgabe fertig gekriegt. Äh, gut. Äh, das war die Runde für heute. Wir sehen uns dann nächste Woche sehr gern wieder, wenn ihr Bock habt. Ich werd da sein. Und ich versuche mal, endlich den ersten Teil meiner Adapt Challenge aufzunehmen. Drückt mir die Daumen, dass es was wird. Bis dahin. Habt noch einen schönen Tag. Und macht's gut. Bis dahin. Bei очati. Das ist fertig.